Die hier kennen Sie vielleicht, die Sirius-Familie. Mit ihr machen wir die moderne Welt nachhaltig und digital. Es ist viel mehr als eine Produktfamilie. Es ist ein Symbol für die Produktion der Zukunft in Amberg und weltweit. Hier im Gerätewerk Amberg werden knapp 30.000 verschiedene Geräte hergestellt. Jährlich gehen zwischen 40 und 50 Millionen Produkte in die ganze Welt. Das bedeutet hohe Varianz und hohes Volumen. Eine echte Herausforderung. Wie meistern wir das? Mit hoher Fertigungstiefe. Von der Entwicklung bis zum Endprodukt. Und mit einem hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad. Das macht das Gerätewerk Amberg zu einer der erfolgreichsten Produktionsstätten innerhalb der Siemens AG. Das Ergebnis? Produkte von außergewöhnlicher Qualität und Zuverlässigkeit, hoher Output und Effizienz. Optimierte Lösungen für eine Produktion, die immer wirtschaftlicher, resilienter und nachhaltiger wird. Für Amberg. Aber vor allem für Sie, unsere Kunden. So profitieren auch Sie von unserer Leidenschaft für eine intelligente und nachhaltige Produktion. Die Impulse und das Gerätewerk Amberg. Herzlich Willkommen in der Fabrik der Zukunft. Viel Spaß bei Siemens in Amberg.